Musik Noch im 19. Jahrhundert blieb der Gedanke, unseren Heimatplaneten zu verlassen, allein den Visionären vorbehalten. Mit der Internationalen Raumstation ist das Leben im All Wirklichkeit geworden. Es ist das größte Raumfahrtprojekt aller Zeiten, das teuerste Bauwerk in der Geschichte der Menschheit und wahrgewordener Traum vieler Science-Fiction-Fans. Geseelt vom Streben, die fremden Sterne und Planeten zu erforschen, wagte man sich im letzten Jahrhundert noch zaghaft in den Weltraum. Aber die Magie des Universums sorgte für ständig neue Herausforderungen und verleiht der Fantasie immer neue Impulse. Dem roten Planeten galt dabei seit jeher die besondere Aufmerksamkeit. Die neuesten Beweise für das Vorhandensein von Wasser auf dem Mars beleben die Vorstellung, dass dies einst ein lebensfreundlicher Planet war. Und es ist neue Nahrung für alle, die hoffen, den roten Planeten in der Zukunft bewohnbar zu machen. Mit der Internationalen Raumstation steht den Menschen jetzt ein Außenposten im All zur Verfügung, der als Startrampe ins Universum dienen soll. Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem heutigen XXP-Schwerpunkt. Als am 24. Juli 1969 der amerikanische Astronaut Neil Armstrong seinen Fuß auf den Mond setzte, begann eine neue Ära für die Menschheit. Die Live-Bilder von der Eroberung des Mondes gehen um die Welt. Millionen Menschen hören Armstrongs historischen Satz. Dies ist ein kleiner Schritt für den Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit. In unserem folgenden Film behaupten aber hartnäckige Skeptiker, die angebliche Mondlandung sei ein riesiger Schwindel gewesen. Der unglaubliche Vorwurf, die Flüge zum Erdtrabanten sollen in einem geheimen Fernsehstudio nachgestellt worden sein. Es gebe zahlreiche Indizien dafür, dass die Amerikaner niemals wirklich einen Fuß auf den Mond gesetzt haben. Urteilen Sie selbst. Am 16. Juli 1969 hält die ganze Welt den Atem an. Apollo 11 schießt in den Weltraum. Es ist der Beginn ihrer 400.000 Kilometer langen Reise zum Mond. Während ihrer achttägigen Reise genießen die Apollo 11 Astronauten den spektakulären Anblick der Erde aus dem All. Sie schweben in der Schwerelosigkeit und erleben, was kein Mensch zuvor erlebt hat. Sieht gut aus. Sinkflug mit Halb. Beleuchtung an. Wir wirbeln etwas Staub auf. Vier vorwärts, treiben ein wenig nach rechts. Kontaktlicht an. Okay. Triebwerk aus. Adler, wir haben euch. Houston, hier Tranquility Basis. Der Adler ist gelandet. Millionen von Menschen weltweit verfolgen die Mondlandung an den Fernsehbildschirmen. Und hören Neil Armstrongs unvergessliche Worte. Es ist ein kleiner Schritt für einen Menschen und ein gewaltiger Sprung für die Menschheit. Dennoch sind viele Menschen der Meinung, dass dieser kleine Schritt nicht auf dem Mond gemacht wurde. Bill Kaysing war Ingenieur bei Rocketdyne, dem Unternehmen, das die Apollo-Raketen einst gebaut hat. In den 60er Jahren hatten wir große Probleme, die viele Menschen zu der Überzeugung brachten, dass wir es nie bis zum Mond schaffen würden. Als die ganze Welt vor drei Jahrzehnten die Mondlandung der Apollo verfolgt, sitzt auch Bill Kaysing am Fernsehgerät. Doch was er sieht, macht ihn misstrauisch. Das Ganze kam mir komisch vor. Ich glaube, ganz intuitiv wusste ich, dass das, was mir da gezeigt wurde, nicht echt war. Als er die Bilder näher betrachtet, entdeckt Kaysing eine Vielzahl von Ungereimtheiten. Er bemerkt, dass keine Sterne am Himmel zu sehen sind, obwohl im Weltraum klare Sicht herrscht. Er sieht das Flattern der amerikanischen Flagge, obwohl es auf dem Mond keinen Wind gibt. Und er entdeckt, dass der Antriebsstrahl der Landefähre keinen Krater im Boden hinterlässt, trotz des mächtigen Raketentriebwerks. Kaysing ist bis heute davon überzeugt, dass niemals ein Mensch auf dem Mond gelandet ist. Für die amerikanische Weltraumbehörde NASA eine absurde Theorie. Es wird immer Leute geben, die an irgendwelche albernen Theorien glauben. Und die Vorstellung, dass wir die Mondlandungen irgendwie vorgetäuscht haben könnten, ist wirklich ziemlich absurd. Umfragen zufolge glauben allein in den USA rund 20 Prozent der Bevölkerung, dass noch nie jemand auf dem Mond gelandet ist. Sie sind der Meinung, dass einer der größten Momente in der Geschichte der Menschheit ein Schwindel war und dass die NASA die Welt betrogen hat. Und auch einige Astronauten halten einen solchen Betrug für möglich. Ich kann nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass diese Männer tatsächlich auf dem Mond waren. Brian O'Leary ist in den 60er Jahren Astronaut der NASA und wissenschaftlicher Berater während der Apollo-Missionen. Es wäre möglich, dass die NASA nur etwas vorgetäuscht hat, einfach um das Verfahren abzukürzen und um als Erster auf dem Mond zu sein. Vor rund 40 Jahren, als Amerika und die Sowjets um die Weltherrschaft ringen, ist es von großer Bedeutung, wer von beiden als Erster auf dem Mond landet. Entsprechend groß ist der Druck auf die US-Regierung. Die Amerikaner wollen um jeden Preis schneller sein als ihre Konkurrenz aus dem Osten. Man nahm an, die Nation, die das Rennen um den Weltraum gewann, würde auch den Kalten Krieg gewinnen. Es ging darum, als Erster auf dem Mond zu landen. Es war eine Zeit der nationalen Hysterie. Am 4. Oktober 1957 geht der erste Punkt in diesem Wettrennen an die Sowjets. Sputnik, der erste Satellit der Welt, geht in seine Umlaufbahn. Die New York Times musste einen Artikel veröffentlichen, der erklärte, dass Sputnik keine Atombomben trug, die von dieser Höhe aus abgeworfen werden könnten. Die Angst der amerikanischen Öffentlichkeit vor der nuklearen Vernichtung wächst. Die Kommunisten sind im Kampf um den Weltraum in Führung gegangen. Der Sprecher des Weißen Hauses verkündete im Kongress, dass wir auf unsere Vernichtung zusteuerten. Die Amerikaner befürchten, dass die Sowjetunion die Installation einer Raketenbasis auf dem Mond plant. Zur gleichen Zeit haben die USA Probleme, das eigene Raumfahrtprogramm überhaupt in Gang zu bringen. Die Chancen zum Mond zu gelangen und unversiert zur Erde zurückzukehren lagen bei 0,0017 Prozent. Mit anderen Worten, es war so gut wie unmöglich. Meines Erachtens haben sie irgendwann in den 60ern gesagt, wenn wir es nicht schaffen, dann täuschen wir es vor. Wenn aber die Apollo-Einsätze vorgetäuscht sind, wie wurde dieser monumentale Schwindel organisiert? Bill Kaysing ist der Meinung, dass der Start von Saturn V, der Rakete, die Apollo ins All befördern sollte, tatsächlich stattgefunden hat. Sie die Astronauten aber nicht zum Mond gebracht hat. Die Astronauten wurden mit der Saturn V in den Weltraum geschossen. Dann, um ihr Verschwinden zu erklären, umkreisten sie einfach acht Tage lang die Erde. Und in der Zwischenzeit zeigte man die simulierten Bilder der Astronauten auf dem Mond. Am achten Tag wurde das Kommandomodul von der Trägerrakete abgetrennt und dann trat es wieder in die Erdatmosphäre ein, wie es in den Filmen gezeigt wurde. Auf genau dieser Theorie basiert der Spielfilm Unternehmen Capricorn aus dem Jahre 1978. Die US-Regierung versucht die Welt zu täuschen und simuliert eine Landung auf dem Mars. Wir beanspruchen diesen Planeten nicht im Namen Amerikas. Wir beanspruchen ihn im Namen aller Menschen des Planeten Erde. Produzent Paul Lazarus deutet an, dass die Handlung des Films auf Tatsachen beruht und keine reine Fiktion ist. Ich glaube, wenn sie gewollt hätten, dann wäre die NASA tatsächlich in der Lage gewesen, den größten Schwindel aller Zeiten zustande zu bringen. Wir haben die Mondlandung in einem Fernsehstudio gedreht und ich glaube, sie hätten das genauso gut tun können. Die Technologie dafür war da. Der Boden ist fest, die Oberfläche scheint pulvrig zu sein. Die Oberfläche ist fein und pulvrig, wie sie mit der Spitz anheben. Was dann in die Kinos kam, war unsere eigene simulierte Version, das Ergebnis eines 4,8 Millionen Dollar Budgets. Bill Kaysing glaubt auch, dass die NASA mit ihrem 40 Milliarden Dollar Budget alle Mittel hatte, um die Mondlandung zu inszenieren. Der Grund, warum ich glaube, dass die NASA und die Regierung die Landung nur vorgetäuscht haben, war, dass es technisch eigentlich nicht machbar war. Und weil ihnen einfach irgendeine Alternative einfallen musste, eine, die die Öffentlichkeit ihnen abkaufen würde. Kaysing hat die Theorie aufgestellt, dass die Mondlandungen in Wirklichkeit in der Wüste Nevadas verfilmt wurden. Auf einer streng geheimen Militärbasis, bekannt als Area 51. Area 51 ist eine der streng bewachtesten Einrichtungen in den Vereinigten Staaten. Beim unerlaubten Betreten konnte man ohne Vorwarnung erschossen werden. Russische Spionagesatellitenbilder von Area 51 zeigen zahlreiche große Hallen, wie es sie in Filmstudios gibt. Und karge Flächen, die mit kleinen Kratern bedeckt sind. Dies ist das Bild eines Mondkraters, angeblich aufgenommen von Apollo 10. Dieses Foto zeigt einen Krater in Area 51. Sogar die Astronauten erkennen die Ähnlichkeit beider Orte. Es ist eine karge Schönheit. Es sieht aus wie große Teile der Wüste in den USA. Doch können Milliarden Menschen wirklich so betrogen werden, dass sie glauben, die Wüste Nevadas sei der Mond? Bill Kaysing glaubt fest daran, dass Area 51 deshalb so streng bewacht wird. Area 51 wird aus gutem Grund so geheim gehalten. Vermutlich sind die Mondkulissen immer noch dort. Bislang gibt es keinen Grund daran zu zweifeln, dass die Mondfähre am 20. Juli 1969 US-Astronauten auf die Oberfläche des Mondes brachte. Aber was wäre, wenn die Raumfähre lediglich an Drähten auf eine Filmkulisse herabgelassen wurde? Bill Kaysing ist der Meinung, dies könnte eine Erklärung dafür sein, dass auf dem amtlichen NASA-Video keinerlei Motorengeräusch zu hören ist. Der Geräuschpegel eines Raketenantriebs geht bis in den Bereich von 140 bis 150 Dezibel. Das ist ungeheuer laut. Wie war es möglich, die Stimmen der Astronauten gegen den Lärm eines laufenden Raketentriebwerks zu hören? Wie war es möglich? Der Mototyp der Mondlandefähre auf der Ellington Air Force Basis getestet. Diese Bilder zeigen, welch große Mühe Neil Armstrong hat, die Kontrolle über das Raumfahrzeug zu behalten. Dann, bei ungefähr 100 Metern Höhe, gerät die Landefähre total außer Kontrolle. Erst in letzter Sekunde kann sich Armstrong retten, indem er den Schleudersitz betätigt. Wie kann eine Mondfähre, die unter kontrollierten Bedingungen auf der Erde so schwierig zu steuern ist, scheinbar problemlos auf dem Mond landen? Die Mondfähre hatte ein einzelnes Triebwerk, das genau in der Mitte eingebaut war, und ein paar kleine Schubdüsen oben, die die Höhe kontrollieren sollten, wenn sie zur Landung ansetzte. Und nun werde ich Ihnen ein Geheimnis verraten. Sobald man sich in der Kabine auch nur ein paar Zentimeter bewegt und damit das Gleichgewicht verändert, dann hätte die Fähre angefangen, sich zu neigen und herumzuwirbeln. Die Argumente derjenigen, die glauben, dass die Mondlandungen nur ein Schwindel waren, sind sehr durchdacht. Und das müssen sie auch sein, um eine solche Theorie zu rechtfertigen. Denn letztlich gibt es Beweise für die Landungen, die unwiderlegbar sind. Und das sind die Fußabdrücke, die Abdrücke der Stiefel, die immer noch auf der Mondoberfläche zu finden sind. Vertreter der Verschwörungstheorie allerdings sind der Meinung, dass gerade die Fußabdrücke sehr verdächtig sind. Die Oberfläche scheint sehr feinkörnig zu sein, wenn man näher kommt, fast wie Pulver. Bei der Druckwelle eines mächtigen Raketentriebwerks auf der Mondoberfläche würde der ganze Staub aufgewirbelt. Dass auf dem Gelände rund um die Mondlandefähre noch Fußabdrücke zu finden sein sollen, scheint mir ziemlich unmöglich. Eine Reihe von Bildern zeigt, dass die Mondoberfläche um den Landeplatz herum voller Fußabdrücke ist. Und noch etwas anderes erscheint Kaysing unerklärlich. Die Druckwelle des Triebwerks hat keinen Krater unter der Landefähre hinterlassen. Für mich ist das eines der überzeugendsten Indizien für den Schwindel. Bei keiner der bisher sechs Mondlandungen gibt es Anzeichen für einen Krater. Der Mondspezialist Paul Fjell meint, er könne erklären, warum das Landemodul keine Spuren hinterlassen hat. Der notwendige Bremsschub, der aus der Unterseite des Triebwerks kommt, liegt bei 1500 bis 2000 Pfund. Da wird nur etwas Staub weggeblasen. Es gibt keine Verbrennung oder ähnliches. Auf den wissenschaftlichen Abbildungen der NASA allerdings ist ein Druckwellenkrater deutlich zu erkennen. Und da ist noch etwas. Wenn tatsächlich Menschen auf dem Mond gelandet wären, dann wäre der Staub doch auf die Landefähre gefallen, speziell auf die Füße. Trotzdem fanden wir nicht eine Spur von Staub darauf. Allein diese Tatsache hat mich davon überzeugt, dass diese Landefähre unmöglich auf dem Mond gelandet sein kann. Für Kaysing ein weiteres Zeichen dafür, dass das Landemodul nur ein Requisit in einer Filmkulisse war. Als Armstrong sagte, es ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein gewaltiger Sprung für die Menschheit, hätte er diesen Schritt genauso gut in der Area 51 machen können. Und offenbar gibt es noch eine andere Auffälligkeit, die den Abflug der Landefähre von der Mondoberfläche betrifft. Auf den Bildern vom Staat sieht man keinen Qualm aus dem Raketentriebwerk kommen. Dafür sieht man aber, wie das Aufstiegsteil plötzlich hochschießt, ohne dass irgendwelche Abgase austreten. Gerade so, als ob es von einem Kabel hinaufgezogen würde. Wenn die Mondlandungen tatsächlich auf einem Filmset aufgenommen wurden, wo sind dann die Beweise? Der Filmemacher und Fotograf David Percy ist der Meinung, dass die Beweise in den Fotos und Videos der NASA zu finden sind. Unsere Untersuchungen lassen darauf schließen, dass die Bilder der Apollo-Mondlandungen keine authentischen Aufzeichnungen sind. Unsere Ansicht nach wurden die Bilder gefälscht. Sie sind voll von Anomalien. David Percy behauptet, eine nähere Prüfung der Bilder deute darauf hin, dass noch nie ein Mensch auf dem Mond gewesen ist. Dieses Bild zählt wohl zu den berühmtesten, die jemals gemacht wurden. Neil Armstrong, der als erster Mensch den Mond betritt. Warum aber ist ein solch wichtiges Bild so grobkörnig und undeutlich? Wir bekommen jetzt Fernsehempfang. Ist das Bild gut? Die NASA behauptet, die Qualität der Bilder sei auf die noch mangelnde Technologie der 60er Jahre zurückzuführen. Aus heutiger Sicht ist die Videoqualität von der Apollo 11-Mission ziemlich furchtbar, verglichen mit den modernen Standards. Die Bilder sind geisterhaft. Überhaupt sehen sie nicht sehr echt aus. Aber das lag an dem Sendegerät und der Kamera, die uns damals für die Apollo 11-Mission zur Verfügung standen. Der Journalist Ward Seabrill hingegen glaubt, die NASA habe die Qualität der Bilder absichtlich minderwertig gehalten. Die NASA hat den Schwindel auf großartige Weise inszeniert. Übers Fernsehen. Sie zeigten ein Bild, schwarz-weiß und grobkörnig, und das hat dann alle überzeugt, dass wir auf dem Mond waren. Wir hatten keinen Grund, es zu bezweifeln. Sie hatten die absolute Kontrolle über Bild und Ton. Ich meine, es ist zwar traurig, aber es war leichter, als man denkt. Doch trotz der schlechten Qualität der Bilder wollen Verfechter der Verschwörungstheorie Hinweise darauf erkennen, die auf eine Inszenierung hindeuten. Angeblich bewegen sich die Astronauten in der Mondschwerkraft, die nur ein Sechstel der Erdschwerkraft beträgt. Lässt man aber den Film in doppelter Geschwindigkeit laufen? Sieht es so aus, als würden sich die Männer in der Schwerkraft der Erde bewegen. Genauso verhält es sich mit dem Film des Lunar Rover, des Mondautos, wenn er in doppelter Geschwindigkeit abgespielt wird. Und offenbar gibt es noch einen anderen Grund, warum viele glauben, die Apollo-Missionen seien auf der Erde gefilmt worden. Auf dem Mond gibt es keine Atmosphäre und folglich auch kein Wind. Trotzdem weht die US-Flagge auf den Bildern der Mondmissionen. Die Tatsache, dass die Flagge flattert, obwohl es da keine Atmosphäre gibt, bedeutet, dass es einen kleinen Windstoß gegeben haben muss. Draußen in Area 51, wo sie das gedreht haben. Möglicherweise kann man die Fragwürdigkeit der Bilder darauf zurückführen, dass die Astronauten große Mühe gehabt haben, den Flaggenmast in den Mondboden zu stecken. Offenbar lassen auch die von den Astronauten gemachten Fotos Raum für Spekulationen. Einige Experten sind der Meinung, dass die sperrigen Raumanzüge eine Bedienung der an der Brust angebrachten Fotoapparate äußerst schwierig gemacht haben. Jan Lundberg hat die Kameras entwickelt. Auf der Mondoberfläche, im Raumanzug und mit den Lebenserhaltungsgeräten ausgestattet, konnten die Astronauten die Kamera nicht sehen. Sie konnten den Kopf nicht so weit nach unten beugen. Sie hatten keinen Sucher. Sie mussten zielen, indem sie ihren ganzen Körper bewegten. Wenn die Kameras so schwer zu handhaben sind, wie können die Astronauten tausende kristallklare und präzise fokussierte Fotos machen? Die Bilder, die angeblich auf dem Mond gemacht wurden, sind absolut perfekt. Doch bei näherer Prüfung erscheint offenbar ein Makel auf den Fotos. Es wurden Fehler gemacht, die erst jetzt nach und nach entdeckt wurden. Vertreter der Verschwörungstheorie meinen, es sei vor allem ein Fehler, auf den Mondfotos zu erkennen, die Ausleuchtung der Motive. Die einzige Lichtquelle für die Astronauten auf dem Mond ist die Sonne. Sie hatten keine zusätzliche Beleuchtung, keine Blitzlichter oder ähnliches. Dennoch werden die Schatten auf diesem Foto der Apollo 14 Mission in unterschiedliche Richtungen geworfen, als gäbe es mehrere Lichtquellen. Die von den Felsen im Vordergrund geworfenen Schatten hätten von Ost nach West laufen müssen, genau wie der Schatten der Mondfähre. Und auch auf diesem Foto von Apollo 17 zeigen die Schatten in unterschiedliche Richtungen. Draußen im Sonnenlicht verlaufen Schatten immer parallel zueinander, sodass sie sich niemals schneiden. Die Verfechter der Verschwörungstheorie behaupten, dass es nicht nur die Schatten sind, die auf die Verwendung von zusätzlicher Beleuchtung hindeuten, sondern auch das, was im Schatten fotografiert wurde. Hier ist ein Astronaut zu sehen, der in einen riesigen von der Landefähre geworfenen Schatten hinabsteigt. Dennoch ist sein ganzer Körper noch sichtbar, obwohl er eigentlich in Dunkelheit gehüllt sein müsste. Auch bei diesem Manöver von einer anderen Apollo-Mission ist der Astronaut hell ausgeleuchtet, obwohl er offensichtlich im Schatten steht. Und in diesem Bild ist die Sonne direkt hinter dem Astronauten. Sein Körper müsste eigentlich ein Schattenbild sein. Und dennoch kann man sogar die kleinsten Details seines Raumanzugs gut erkennen. Es scheint, als stehe er im Scheinwerferlicht. Ich kann mir das nicht erklären. Und schliesslich bei diesem Bild, auf dem die Sonne hinter der Mondlandefähre steht, ist die Front des Raumfahrzeuges deutlich sichtbar. Die Wörter United States sind gut lesbar. Wie können von hinten beleuchtete Gegenstände so detailliert zu sehen sein? Nein. Es gibt offensichtlich mehr als eine Lichtquelle. Und das bedeutet, sie sind nicht auf dem Mond. Es wurde schon so oft behauptet, die von den Apollo-Astronauten gemachten Bilder seien gefälscht. So viele Fragen sind diesbezüglich aufgeworfen worden. Es wäre zwecklos, sie alle beantworten zu wollen. Und doch bleiben Fragen unbeantwortet. Warum zum Beispiel haben einige der Bilder offenbar identische Hintergründe, obwohl sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten an verschiedenen Orten gemacht wurden? Im Hintergrund dieser beiden Fotos ist scheinbar der gleiche Hügel zu sehen. Trotzdem erscheint das Landemodul nur in einem von ihnen. Eigentlich unmöglich, da die Mondfähre sich niemals bewegt hat und ihre Basis nach der Mission vor Ort zurückgelassen wurde. Vertreter der Verschwörungstheorie meinen, dass der gleiche künstliche Hintergrund bei zwei gänzlich unterschiedlichen Fotos genutzt wurde. Hintergrunddiskrepanzen sind offenbar auch auf dem Mondvideo zu erkennen. Der beste Beweis sind einige Bildanomalien bei den fotografischen Aufzeichnungen der Reisen zum Mond. Bei Apollo 16 zum Beispiel ist die gleiche Aufnahme, der gleiche Hügel an zwei verschiedenen Tagen zu sehen. Diese Aufnahmen wurden nach Angaben der NASA am ersten Tag der Apollo 16 Mission gemacht. Man hätte wirklich keine bessere Stelle finden können. Diese Bilder wurden am zweiten Tag an einem anderen Ort aufgenommen. Das ist eine wunderschöne Stelle. Laut der NASA liegt der zweite Ort vier Kilometer vom ersten entfernt. Blendet man aber beide Videobänder ineinander, scheinen die Standorte identisch. Man könnte dies als Beweis für eine Inszenierung sehen oder aber auch für einen schlechten Bildausschnitt halten. Es ist vollkommen unwirklich. Verfechter der Verschwörungstheorie behaupten, dass eine noch gründlichere Überprüfung der Fotos noch mehr Anzeichen von Fälschungen offenlegt. Zur Orientierung wurde ein Fadenkreuz in die Mondkameras gebrannt, das normalerweise jedes Bild überlagern müsste. Auf diesem Foto aber ist das Fadenkreuz durch ein Teil des Mondautos verdeckt. Das ist völlig unmöglich. Es muss das Ergebnis einer technischen Manipulation sein. Auf diesem Foto von Apollo 11 verdecken die Geräte das Fadenkreuz, statt dahinter zu sein. Und auf einem anderen von Apollo 12 verdeckt die US-Flagge einen Teil des Fadenkreuzes und der Astronaut den anderen. Die NASA hält all diese Verschwörungstheorien nach wie vor für kompletten Unsinn. Manche Theorien reichen von unglaublich kompliziert bis unglaublich dumm. Die vorgebrachten Argumente sind in allen Belangen irrtümlich, wenn man sie vom optischen, physikalischen, wissenschaftlichen und vom geschichtlichen Standpunkt betrachtet. Und es ist sehr viel Effekthascherei dabei. Doch die Verfechter der Verschwörungstheorie bleiben dabei, dass die Apollo-Missionen ein großer Schwindel sind. Wenn ich mir all die Bilder und Videos ansehe, bin ich vollkommen davon überzeugt, ich würde mein Leben darauf verwetten, dass wir nicht auf dem Mond waren. Die Landung auf dem Mond ist ein Projekt, das allein in den USA zeitweise 400.000 Menschen beschäftigt. Wenn alles wirklich nur ein Schwindel ist, wie konnte die NASA diesen inszenieren, ohne dass einer der Eingeweihten etwas verraten hätte? Virgil Gus Grissom wird als einer der ersten sieben Astronauten für die Missionen ausgewählt. Der Familienvater und der erfahrene Astronaut gilt seinerzeit als Nationalheld. Mit diesem Status hätte auch er der erste Mensch auf dem Mond sein können. Doch Grissom ist auch ein Kritiker des Weltraumprogramms. Er soll einmal gesagt haben, irgendwann wird jemand sterben. Grissoms Befürchtungen sollen schon bald wahr werden. Am 27. Januar 1967, zwei Jahre vor der ersten Mondlandung, gehen Grissom und seine Besatzung an Bord der Apollo-1-Raumkapsel, um eine Großsimulation durchzuführen. Von Anfang an gibt es Probleme. Zuerst versagt das Kommunikationssystem der Kapsel. Hören Sie mich? Nein, Chuck, ich habe Sie überhaupt nicht verstanden. Ich kann Sie nicht hören. Wollen Sie das Telefon versuchen? Wie sollen wir zum Mond kommen, wenn wir nicht mal zwischen zwei Gebäuden kommunizieren können? Ich kann überhaupt nicht hören, was Sie sagen. Wenig später geht das Innere der Kapsel plötzlich in Flammen auf. Gus Grissom Ed White Und Roger Chaffee Die kommen ums Leben, ohne auch nur die Startrampe verlassen zu haben. Gus Grissoms Familie glaubt, dass das Feuer auf Apollo 1 kein Unfall war. Ich glaube, es war Sabotage. Die Befunde der Unfalluntersuchung und die Art, wie sie durchgeführt wurden, lassen Fragen offen. Auch ob die CIA oder eine andere Institution irgendwie darin verwickelt war. Ich bin sicher, es war kein Unfall. Gus Grissoms Familie weiß nicht, wer verantwortlich ist für seinen Tod oder warum er sterben musste. Aber sie glauben, dass die NASA die Wahrheit kennt. Wissen Sie, Gus gab sein Leben für dieses Programm. Und ich denke, die NASA sollte vortreten und uns direkt sagen, was wirklich geschehen ist. So bleibt es ein Rätsel, ob Gus Grissom und die anderen zwei Apollo 1 Astronauten Opfer eines tragischen Unfalls waren oder ob sie absichtlich zum Schweigen gebracht wurden, weil sie zu viel wussten. Die Ursache des Feuers ist bis heute ungeklärt und die Überreste der Kapsel befinden sich weggeschlossen auf einer Militärbasis. Doch Grissom ist nicht der einzige Apollo-Kritiker, den ein vorzeitiger Tod ereilte. Thomas Ronald Barron ist Sicherheitsbeauftragter während der Konstruktion von Apollo 1. Nach dem Feuer sagt Barron vor dem Kongress aus, das Apollo-Programm sei wenig strukturiert. Die Vereinigten Staaten würden es niemals zum Mond schaffen. Er selbst sagt, dass seine Äußerungen ihn zur Zielscheibe machten. Hat man seitens der NASA jemals Druck auf sie ausgeübt? Nein. Naja, meine Frau und ich wurden zu Hause ein bisschen belästigt, als diese Geschichte passierte. Aber jetzt ist es vorbei. Als Teil seiner Zeugenaussage reicht Barron einen 500 Seiten langen Bericht ein. Man befürchtete, das Programm könnte eingestellt werden. Genau eine Woche nach seiner Aussage kollidiert Barrons Auto mit einem Zug. Barron, seine Frau und seine Stieftochter sind auf der Stelle tot. Ich glaube, Thomas Ronald Barron wurde ermordet, weil er die Wahrheit über das Apollo-Projekt kannte. Barrons Bericht verschwindet unter mysteriösen Umständen und ist bis heute nicht aufgetaucht. Das Apollo-Programm wird fortgesetzt. Und damit auch die Reihe der Todesfälle. Zwischen 1964 und 1967 verlieren insgesamt zehn Astronauten bei Unfällen ihr Leben. Das sind 15 Prozent des gesamten Astronautenkors der NASA. Um eine Lüge zu vertuschen und im Verborgenen zu halten, muss man alle beseitigen, die darüber reden könnten. Amerikanische Astronauten ermordet von der eigenen Regierung? Die NASA meint, eine Verschwörung dieses Ausmaßes sei niemals möglich. Es gab wahrscheinlich eine Viertelmillion Menschen, die direkt am Apollo-Programm beteiligt waren. Und noch eine halbe Million darüber hinaus. Eine Dreiviertelmillion Menschen können kein so großes Geheimnis für sich behalten. Das ist unmöglich. Der Journalist Bart Seabrill ist sich sicher, dass die meisten Beteiligten nichts wissen. Nur sehr wenige Leute wussten Bescheid, weil die NASA eine weit verzweigte Institution ist. Sie beschäftigen Leute, die zum Beispiel in Houston Bolzen anfertigen, in Seattle und in Florida etwas anderes. Keiner von denen ist voll im Bilde. Vielleicht waren es eine Handvoll Leute, die über alles informiert waren. Fest steht, dass zehn von ihnen eines unnatürlichen Todes gestorben sind. Ob schon einige Experten der Meinung sind, dass die Astronauten eine Reise zum Mond ohnehin nicht überlebt hätten. Der Grund, warum sie gar nicht zum Mond hätten reisen können, ist ein Phänomen, von dem nur wenige Menschen überhaupt wissen. Die Van Allen Strahlungsgürtel. Etwa 800 Kilometer über der Erde gibt es Zonen hochenergetischer Teilchen. Sie umgeben unseren Planeten und sind tausende von Kilometern breit. Ein Mensch, der durch einen Van Allen-Gürtel reist, würde durch die Strahlung entweder sehr krank oder sogar getötet. Die Apollo-Flüge sind bis heute die einzigen Missionen in der bemannten Raumfahrt, die durch diese tödliche Strahlung führten. Alle bemannten Missionen in der Geschichte, die Gemini, Mercury, Skylab, der Space Shuttle, sie alle sind unter dem Strahlungsgürtel geblieben. Alle außer den Apollo-Flügen zum Mond. Experten zufolge muss die Kapsel eine fast zwei Meter dicke Bleiabschirmung haben, um die Astronauten ausreichend zu schützen. Die einzige Abschirmung, die sie hatten, war der hauchdünne Außenrumpf aus Aluminium und ihre Anzüge, die aus Glasfaser, einigen Aluminiumfasern und Silikon bestanden. Was die Strahlung betrifft, ist es sehr interessant, dass die Astronauten nur eine dünne Aluminiumschicht als Schutz hatten, während man hier auf der Erde durch ein dickes Bleischild geschützt wird, wenn man eine Röntgenaufnahme seiner Zähne machen lässt. Doch selbst wenn der Van Allen-Gürtel für die Astronauten nicht tödlich ist, so eine andere Theorie, dann wären es auf jeden Fall die Strahlendosen tiefer im All. Gewaltige Explosionen auf der Sonne, genannt magnetische Stürme, stoßen starke Radioaktivität in den Weltraum aus. Ein magnetischer Sturm würde die Intensität des Strahlungsgürtels um ungefähr das tausendfache verstärken. Astrophysikalischen Beobachtungen zufolge wütet zur gleichen Zeit wie die Apollo 16-Mission einer der heftigsten Sonnenstürme seit Beginn der Aufzeichnungen. Es war eine gewaltige Eruption auf der Oberfläche der Sonne, die größte des 20. Jahrhunderts. Sie dauerte drei oder vier Tage. Obwohl die Strahlung entsetzliche Auswirkungen auf den Menschen hat, haben die Sonneneruptionen der Besatzung der Apollo 16 keine gesundheitlichen Schäden zugefügt. Die NASA hatte ein weiteres Problem, nämlich, dass die Mondoberfläche in der Dunkelheit völlig unwirtlich für einen Menschen ist. Es gilt auch für den Schatten hinter dem Raumfahrzeug selbst. Die Temperaturen im Schatten sinken auf bis zu 250 Grad unter Null. In der Sonne reichen sie bis 250 Grad über Null. Ralph Rene ist der Meinung, dass die flüssigkeitsgekühlten Raumanzüge der Astronauten keinen ausreichenden Schutz bieten können, weder vor der immensen Hitze noch vor der Strahlung. Die NASA erklärt diese Annahme für falsch. Die Behauptung, dass die Strahlung auf der Mondoberfläche den Astronauten geschadet hätte, fördert zweierlei zutage. Zum einen ungenügend wissenschaftliche Kenntnisse und zum anderen nicht ausreichendes Wissen darüber, wie wir die Ausrüstung der Astronauten entworfen haben und anfertigen ließen. Die Raumanzüge, die sie trugen, waren unglaublich robust und sehr widerstandsfähig. Wenn diese Anzüge aushalten, was die NASA verspricht, dann würde ich gerne sehen, dass man ein paar Leute mit solchen Anzügen zum Kernkraftwerk auf Three Mile Island schickt und sie den ganzen Mist sauber machen lässt. Aber das wäre unmöglich. Kein Astronaut ist nach einer Reise zum Mond jemals ernsthaft erkrankt. Anhänger der Verschwörungstheorie meinen, der Grund dafür sei, dass die Männer die Sicherheit der Erdatmosphäre niemals verlassen haben. Das ist auch der Hauptgrund, warum die Russen nie ernsthaft beabsichtigten, ihre Männer zum Mond zu schicken. Ist es die tödliche Strahlung, die die Russen zwingt, ihre Pläne zum Mond zu fliegen, aufzugeben? Ein leitender russischer Kosmonaut äußert seine Bedenken, das Raumfahrtprogramm betreffend. Natürlich hatten wir Angst vor einer Reise ins unbekannte Weltall. Wir haben uns Sorgen gemacht. Wir wussten überhaupt nicht, wie ein Mensch von der Strahlung beeinflusst würde. Wir glaubten, die Strahlung könne möglicherweise sogar in das Raumschiff eindringen. Bis heute haben die Russen niemanden zum Mond geschickt. Und auch die Amerikaner planen bislang keine weiteren Flüge zum Mond. Das Apollo-Programm verschlingt seinerzeit ein 40 Milliarden Dollar Budget und ist damit eines der kostspieligsten Projekte in der Geschichte der Menschheit. Die Vertreter der Verschwörungstheorie sind der Meinung, dass es nichts anderes als das aufwendigste Filmprojekt aller Zeiten ist. Ich persönlich bin überzeugt davon und nach all den Jahren und den Untersuchungen, die ich darüber angestellt habe, glaube ich ganz fest daran, dass die NASA nie jemanden zum Mond gebracht hat. Ich würde sagen, die Leute, die glauben, dass wir nicht auf dem Mond waren, sind total verrückt. Ich habe kein Problem damit, wenn man mich einen Spinner oder Verrückten nennt. Aber diejenigen, die so denken, sollten erstmal versuchen, die Beweise nachzuprüfen, die überall zu finden sind. Entscheidend ist letztlich, dass die Vereinigten Staaten in den 60er und 70er Jahren auf dem Mond gelandet sind. Ende der Geschichte. Nur in einem sind sich die Experten einig. Die Antwort auf alle Fragen liegt rund 400.000 Kilometer von der Erde entfernt. Wenn die Astronauten der NASA tatsächlich auf dem Mond waren, müsste es dort Überreste der sechs erfolgreichen Apollo-Missionen geben. Die Abstiegsstufen der Mondlandefähren, die verlassenen Mondautos. Sogar die amerikanischen Flaggen müssten noch an den jeweiligen Landeorten stehen. Ich möchte die NASA dazu auffordern, das mächtigste Fernrohr auf der Erde zu nehmen und nachzuprüfen, ob es dort Überreste einer Landefähre gibt. Wenn dem so ist, dann werde ich nie wieder ein Wort über einen Mondschwindel verlieren. Wenn es aber dort keine Landefähre gibt, dann habe ich recht. Es existiert kein Teleskop, das stark genug wäre, den Mond so genau zu untersuchen. Erst in zwei Jahren will Japan einen Raumflugkörper in die Mondumlaufbahn schicken und Nahaufnahmen von der Mondoberfläche machen. Niemand weiß, was sie finden werden. Niemand weiß, was sie finden.